Leute, Leute! Dieser Show geht um Prominente und ihre kleinen Unzulänglichkeiten. Die neue Boulevard-Satire mit Monika Gruber. Zum Frühstück eine Nase, das ist ja das Lebensmotto vieler Prominenter. Normalerweise hätte ich das Auto auch genommen, aber dafür bin ich um die Tageszeit einfach viel zu getrunken. So schwer heute gutes Personal zu bekommen. Leute, Leute! Nächsten Dienstag, 22.45 Uhr. Damit Sie wissen, wo Ihre Gebührengelder hingehen. Vielen Dank.